Läuft. Läuft. Läuft sie wirklich? Läuft sie wirklich? Ja. Ja, und dann schaue ich mir morgen eine kleine Wohnung an. Deswegen habe ich jetzt hier noch eine kleine Wohnung. Die gehen nach vorne. Du hast ein Auto. Wie nicht? Ja. Nein, nein, nein. Du hast den zweiten Auto. Ach du, ich zeig's dir noch mal an. Ich zeige jetzt in Bamberg in A-Lage oder fast A-Lage. 100 Euro für 100 Quadratmeter. Top ausgestattet. Das krieg ich ja nicht. Da fehlen einfach mal Zweizimmern. Nicht mal in den Zweizimmern. Direkt am Wasser, im Grünen, in den Haaren, weg und jeden Tag. Total geil. Und in Frankfurt kriegst du das. Das hört gerade auch nicht anders. Ja. 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 Cool. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.